Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video und zwar machen wir heute wieder ein wunderbares Battle, aber wir machen das nicht einfach ganz normal wie immer, denn ihr seht schon, wir sind mit wunderbarer Facecam da und wir haben eine wunderbare Aquana GX-Tinbox und wir haben einen Gast dabei, ihr hört ihn schon lachen, der gute Dario ist wieder da und wir probieren heute mal was Neues aus und zwar habt ihr unsere Facecam, unser Bild, seine Facecam, sein Bild und zwar machen wir das jetzt beide hintereinander auf, also zwei Openings in einem Video, beziehungsweise das ganze Battle in einem Video, das haben wir auch bei seinem Kanal mal ausprobiert, das heißt schaut da auf jeden Fall auch vorbei, wahrscheinlich kommt eh alle von ihm, also stimmt da auf jeden Fall ab, ich muss sagen, ich finde die Variante so auf jeden Fall viel geiler und definitiv, definitiv, deswegen, wenn ihr Bock habt, sowas öfters zu machen, dann schreibt uns das gerne in die Kommentare, bei ihm in die Kommentare und ja, ich würde sagen, wir labern eigentlich gar nicht so lange rum, wir haben, wie gesagt, das Battle bei ihm schon gemacht, schaut da vorbei, wir wollen da nicht spoilern. Ja, so viel können wir verraten. Genau, mit der Blitzer-Tin und vor diesem Doppel-Battle stand es ja 1 zu 1, deswegen schauen wir mal, theoretisch müssten wir aus diesen zwei Battles noch ein Battle raus machen, quasi, so ein Overall-Battle, das wir nachher einen Endstand hätten. So sieht es aus, vielleicht machen wir da mal irgendwas, keine Ahnung, vielleicht mal eine Elite-Trainer-Box auf, wo wir ein paar mehr Booster haben, man weiß es nicht, wir können ja mal gerne sehen, also wir öffnen mal hier die gute Aquana-Box. Ich hätte halt nur noch Bock auf so ein Display-Battle. Kann man ja mal sehen, ne, wenn das war halt so viel. Aber also es hat definitiv Wiederholungspotenzial, ne, es hat definitiv Wiederholungspotenzial. Ja klar, und auch wenn die Zuschauer Bock haben, ne, dann, desto schneller, desto besser, sieht man dann ja. Definitiv. Yes. So mal, wir sind wieder dabei, definitiv, ich hoffe du auch. Ja, klar, klar, klar. So, dann sleeven wir den ganzen Mist mal hier, zack. Yes, ich würde sagen, du darfst wieder Sonne und Mond anfangen. Auf jeden Fall, weil... Beziehungsweise, ich würde sagen, da, ihr darfst anfangen. Ich soll anfangen, ich soll anfangen. Oder nee, sollen wir nochmal anfangen? Nee, jetzt fangen wir an. Nee, ja stimmt, wir fangen ja an. Okay, dann fangen wir einfach mal an und dann schauen wir mal. Du hast ja jetzt auswärts. Genau. Mal gucken, wie es läuft. So, schauen wir jetzt erstmal, was der muss da rausziehen. So, dann ein schönes Base-Set. Wir müssen das zunächst mal noch so wunderbar machen. Guck mal, ich... Mach das mal so, genau. Pilipper, Cosmog. Ich hoffe, man sieht's. Ja, ja, ich seh's. Ich weiß, dass hier kein Smog-Mog drin ist. Sonst würde ich mal einen berühmten Smog-Mog. Und, 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 komm, komm, komm. Und Ariane. Also fängt wieder genauso gut an wie bei dir. Ja, ja, abwarten, ne? Ich meine, am Anfang hat man so ein bisschen Pech und dann kommt das auf einmal und dann hat man gewonnen. Von was redest du? Ich weiß nicht, wovon du redest. Ich will ja nicht spoilern, aber guckt mal das Video bei mir. Da wisst ihr auf jeden Fall Bescheid, wie das heißt, wenn man mit einem Booster, ich sag mal, das komplette Segel umreißen kann, ne? Also, ja. Äh, was ist das denn hier, ey? Schlechte Qualität aus der Aquanatin. Oh. Das ist sehr wässrig, ne? Ja, ja, genau. Oh, wow. Ich überlege gerade, ist hier irgendeine, gibt es irgendeine geile Wasserkarte? Primarene kann ich hier in Rainbow ziehen? Und Lapras. König Il. Stimmt, Lapras gibt es auch noch. Okay, wir haben den Luftkopf Snubirikat. Loser den. Zubat. Oh, Bounce, Bounce ist geil. Schauen wir mal. Cosmog. Ah, nicht mal ein Punkt hier. Ah, gar nicht. Ein Bissbarg. Ah, das fängt gut an, das fängt gut an. Ich sehe es schon, ey. 0-0. Wow. Immerhin, immerhin. So. Amazing, amazing. Ja, immerhin sind wir nicht im Rückstand, das meinte ich mit immerhin. Immerhin scheiße. Ja, geil. So, Sturm am Firmament. Ja, wie gesagt, immerhin scheiße. Immer noch besser. Wir sehen hier jetzt in der Facecam, dass hier nichts aus dem Bein da kommt, ne? Nein, nein, ne? Auch keine Secret Rare oder ähnliches. Ich verrenge mich jetzt mal. So. Und zwar, machen wir weiter mit Sonnenfell. Lebenskräuter. Uh, guck mal, schon wieder eine Trainerkarte, die uns vielleicht gut helfen könnte. Ach ja, wie du denn? Ja, ja, ja. Äh, nicht so. Spoiler. Piep. Ein Peer-Alu. Schneidung. Ja, nee. Nur Turzel. Ein Voltoball. Und aus Sturm am Firmament. Ah, no. Ein Registeel. Also das ist das. Ah, Registeel? Ist das eine Holo? Nee, ne? Nee. Nee, ist nur eine normale Rare. Eine Rare, ne? Okay, gut, gut, gut. Sehr gut. So muss das laufen. So muss das laufen. So muss das laufen. Scheiße, muss das laufen. Ja, ja. So. So stelle ich mir das vor. Komm schon, Rayquaza. Huh. Ich habe Bock. Oh, so ein Tag Team mit Rayquaza wäre auch geil. Oh, ja. Tag Team ist super geil, ey. Also ich finde die Edition so gut. Ich würde da was Dummes drauf tun. Oh, nicht mal das ist eine Rare. Warum ist... Beine Flug. Oh, was? Oh, lol. Moment. Da verneigt sich die Kamera. Ja, Litt, also Registeel ist richtig gut, habe ich gehört. Ja, ist... Kappa Kappa. Okay, würde ich sagen, ihr seid dran. Kappa Stil. Guckt mal, ob ihr einen Punkt holen könnt jetzt endlich mal. Es steht immer noch 0 zu 0. Wir gönnen mal richtig jemand einen Code für euch. Wow. Wow. Und er isst ihn auch noch auf. Holy shit. So, Dariel, für dich gibt es wieder Live-Übertragung. Ja, ja, ich sehe alles. Live-Übertragung von... Krippok. Metanjawald. Klavion. Wird das der Schlüssel zum Sieg? Oh. Oh. Nur ein Ei. Und Pantimas. Oh, Gott dammit. Oh, wow. Das war ja gar nichts. Was ist denn los heute? Wahnsinnig. Also, die Boxen sind ja mal richtig schlecht. Also, irgendwie... Irgendwie war die Blitzer-Thing, glaube ich, ein bisschen besser, ne? Ja gut, wir haben ja noch zwei Booster. Maybe, maybe, maybe. Okay, welches soll ich als erstes nehmen? Erst Gengar oder erst Bisa-Floor? Mach Gengar, weil wir haben auch noch ein Bisa-Floor übrig. Okay, okay, dann machen wir da so ein Tai am Ende. Schauen wir mal. Komm schon, ne saftige Tag-Team-Karte. Ne saftige Tag-Team-Karte. Das wäre jetzt schön. So, let's go. Die ist schon Sarnik und auch gut was werden, habe ich gehört. Schauen wir mal. Tauboga, Glumanda, Stendu, Flamio, Zorua. Rokos Durchhaltevermögen. Okay, das ist immer noch kein Punkt. Warum auch immer. Nein, nein, nein. Das ist schon leicht traurig, ne? Was ist das? Weißt du? Nicht mal, alles wird gut. Stell dir vor, du bist ein kleiner Bub oder zwei kleine... Was ist die Mehrzahl von Bub? Bübchen? Ja. Ihr seid zwei kleine Bübchen. Geht in den Laden rein, kauft euch beide die schöne Aquanatint und es ist nur Scheiße drin. Nur Scheiße. Es ist nur Scheiße drin. Sad life. Ich würde sagen, wir gucken jetzt mal das nächste Pack. Vielleicht wird das gar nicht so scheiße. Irgendwann noch mal danke für das Scheiße in dem ersten Battle. Das ist super. Das kann ich immer wieder benutzen. Ich bin gespannt. What the fuck? Letztes Pack. Das alles entscheidende Pack. Bei uns zumindest mal. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Hallo, der Georock. Ein Nidoran. Lavita. Antorn. Vulpix. Gladiantri. In und her. Kein Punkt. Ich trau mich gar nicht, die Karte wegzuziehen. Und... Aero-Daktion. Oh, ey. Noch darfst du nicht lachen. Noch hast du nichts gepullt, ne? Aber ihr habt einfach null. Das ist einfach richtig gut. Das ist echt gut, ey. Ja, ähm, ich würde sagen, äh, der Pressure ist auf jeden Fall am Start, äh. Ja, mir reicht jetzt... Das darf echt nicht wahr sein. Mir reicht jetzt alles, ne? Die reicht eine Holo. Die reicht eine Reverse Rare. Du kannst jetzt... Vielleicht eine Reverse Rare. Komm schon. Aero-Daktion in Reverse Rare wird dir reichen. Ah, Leute, es tut mir leid. Es funkelt was von hinten durch. Nein. Warte, wir können doch noch eine andere Box nehmen. Wir nehmen eine andere Pinbox. Es tut mir leid. Vivien. Kleinstein. Bronze. Voltila Reverse Rare. Jawoll. Sagst du Evoli. Also, da kann man auch mal klatschen. Ah, ja. Jawoll. Da hat er den Punkt. Da hat er den Punkt. Und den Sieg. Herzlichen Glückwunsch. Danke, danke, danke. Danke, danke. Also, man muss ja sagen, das ist ja auch irgendwo eine ausgeglichene Gerechtigkeit, ne? Wenn man das Battle of Mime gesehen hat. Ne? Wenn man es gesehen hat. Schaut, klar. Schaut das. Ein Pack kann alles entscheiden. Also, das läuft auf jeden Fall, würde ich sagen. Also, ihr müsst euch ja gar nicht beschweren, würde ich sagen. An dem Tag, wo das Video rauskommt, da werden ja eh noch ein, zwei Booster aufgemacht, habe ich gehört. Von daher. Da werden ja noch einige Puls kommen, ne? Denke ich mal. Bei unserem Livestream, wir haben es jetzt am Anfang vom Video gar nicht gesagt. Und zwar am 14 Uhr, heute, ist der Einjahres-Special-Livestream von Card Buddies. Und dann machen wir mehr als 1.000 Booster auf. 1.300? 1.000. Ja, übrigens noch mal herzlichen Glückwunsch, ne? Heute ist ja der Geburtstagstag dann. Dankeschön, dankeschön. Jetzt könntest du eigentlich singen, ne? Happy Birthday to us. Okay, dankeschön. Das vor allem. Was ist los? Ja, vielen Dank. Ja, wie gesagt, schaut auf jeden Fall vorbei. Schaut beim Darrell vorbei. Da gibt es den ersten Teil quasi von dem Battle, beziehungsweise den zweiten, wenn ihr das noch nicht gesehen habt. So sieht es aus. Und ja, wenn ihr das öfter sehen wollt, lasst auf jeden Fall eine Posi-Wertung da, würde uns sehr freuen. Einfach mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das geil findet. Wir machen, denke ich, auch mal eine Abstimmung in die Infocard rein, wo ihr das Ganze abstimmen könnt darüber. Und ja. Mehr gibt's nicht zu sagen. Der Gewinner darf gerne noch ein paar Worte verlieren. An den Verlierer. Ja, hat mich gefreut, auf eurem Kanal mal zu sein. Jetzt auch wirklich mit Person und Stimme und allem. Ist ein geiles Format. Hoffe, dass ihr das wieder unterstützt. Falls ihr neu seid, abonniert auch gerne den Kanal von den Jungs. Die machen guten Content und wie es aussieht, dann auch ein bisschen mehr mal auf. Von daher, falls ihr TCG feiert und es öfteren mal Pack-Openings oder so sehen wollt, schaut gerne vorbei. Kann ich nur empfehlen. Und unterstützt die Jungs. Kann ich nur sagen. Dankeschön. Dankeschön. Danke, danke. Und dann würde ich sagen, schauen wir mal. Wir können dich ja mal einfach fragen, was wäre so deine Pull Prediction oder wie viele Pulls denkst du, haben wir aus 1300 Booster? Aus 1300 Booster würde ich schon sagen, 500 Hits auf jeden Fall. 500? Ja, ich wünsche mir so sagen. So fast ein Drittel. Das ist schon so. Also ich schick auf so 400 Hits, ja. Schauen wir mal. Gut, deswegen, wie gesagt, wenn ihr das sehen wollt, schaut vorbei. Wenn nicht dann, oder wenn ihr das Video später guckt, dann guckt euch den Livestream im Nachhinein an. Es wird so geil. Ich bin so ein Hypes. Wir labern nicht mehr rum um den heißen Brei. Vielleicht ist der Livestream ja jetzt auch gerade online, wo ihr das Video seht. Deswegen klickt da auf Infa rein. Und dann wünsche ich euch einfach noch einen wunderschönen Tag. Habt mehr Luck beim Polen als wir vielleicht. Bitte. Und ja, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Joa, wäre schön. Ciao. Ciao. Ciao, ciao.